Moin Leute und willkommen zur Weißweißich, welche Folge könnt ihr sehen. So, wir haben letztes Mal so das Pack hier geöffnet mit einer richtig hübschen Doppel-Energie-Karte. Und jetzt öffnen wir das Dampfkessel-Pack, das zweite, was ich in der letzten Folge auch angekündigt habe. So, wir öffnen. Wisst ihr, wie gut ich öffnen kann? Ich glaube, man sieht es. Alter, es geht nicht auf. Es gibt es ja gar nicht. Ach, guck mal, da ist es ja. Ich gucke nicht hin. Ich gucke nicht hin. Ihr dürft es auch noch nicht sehen. Ich habe keine Ahnung zu. Okay, jetzt habe ich die Rückseite. Okay. Okay, ich werde nämlich nicht wissen, was da drin ist. Das werde ich sehr ungern wissen. Noch auf jeden Fall nicht. So, kommt da weg zu dem anderen Müll. So, hier wieder die Karte. Die kennen wir doch schon. So, Müll weg. So, die drei Karten nach vorne. Das hier ist jetzt vielleicht eine X-Karte, aber es ist eine gute Karte, das weiß ich. Das ist nämlich immer eine gute Karte. Oh, die habe ich auch noch nicht. Neue Karten, wie schon gesagt. Rass-La-Dero, 80 Sterne. Also kann man dafür alle benutzen. Plötzlicher Sturm. Ja, geht. Okay. Nächste. Wow. Was ist denn das? Anurid. 80 Faust. Kreuzschere. Ja, so viel. Obwohl, das kann 40 Schaden mehr. Das ist nicht mal so schlecht. Weiterenwicklung würde ich davon gerne haben. Und, ja, wie was ist denn in den ersten drei Karten? Was sind immer? Oh mein Gott. Ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was aus dem Hintergrund gesehen. Oh Gott. Okay, Trainerkarte. Andere Klauenfossil. Okay. Oh Gott, ich sehe da was glitzelndes. Das ist eine richtig mitgute Karte. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Schiss. Okay, 100. Mantas. Charlotte hat man schon letzte Folge. So kommt man special. Der Erobat. Da kommt was hinterhergeglitzert. Okay, nur noch das meine ich. Die Energiekarte. Was ist das für eine Energiekarte? Mario. Nicht gerade viel Schaden. 10 Schaden. Halbzehn Schaden. Oh, das ist geil. Okay, den kennen wir schon. Kinder sind Führer. Okay, ich will gerade zur letzten Karte. Okay, hier die Vorkarte. Oh, ja, geht. Arik. 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 Zip. Okay, drei. Zwei. Eins. Oh mein Gott, Leute. Oh mein fucking Gott. Alter, was ist das? Das ist die X. Das ist die X, Leute. Das ist meine Folge. Die erste Karte, die ihr in so einem Tag gezogen habt, die die X ist. Alter, was steht da unten? Wenn ein Handy hat, das kenne ich ja schon. Oh mein Gott. Alter. Guckt euch das an. X. Holo. Das ist eine Basic. Ach du Scheiße, ist das eine geile Karte. 120 Schaden. Ich lese hier gerade was. Lige ein und diese. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Aber es ist immer so. Alter, guckt euch das an. 170 Leben, ihr X. Ach du Scheiße. Leute. Okay, nächste VW-Sens-Special-Folge. Alter, guckt euch diese Karte an. Ich glaube, die anderen kann... Alter. Ich zeig nochmal kurz langsam die anderen Karten durch, weil die haben wir ja jetzt ein bisschen schnell durchgemacht. Ich zeig dir nochmal kurz so ein bisschen durch, wenn ich so ein bisschen dir hier so ein bisschen zeigen. Hier hatten wir ja schon die anderen Karten alle. Das hat mich versiegt. Der ist allerdings gut. Und der. Und dann der. Ich muss mal kurz mal richtig rumdrehen. Oh mein Gott. Leute, bewertet. Jetzt noch ein Witz. Bewertet diese geile Karte. Mit der neuen Energiekarte. Die ist neu. Um das mal kurz anzumerken. Die Karte, die X-Karte ist neu. Alter, ist das eine Holo. Okay, Leute. Bewertet diese Karte. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die findet. Gebt mir ein Like für diese geile Karte. Oh mein Gott. Und das ist in dem Pack, wo ich noch überlegt habe, welches nehme ich? Welches nehme ich? Und dann habe ich das genommen, weil das so ein geiles Bild ist. Oh mein Gott. Lasst ein Like für diese hammergeile Karte ein. Ich mache jetzt auch nicht so lange, weil ich will die nicht dreckig machen. Die hat hier oben schon einen kleinen Fehler. Nein, nicht so einen großen Fehler. Sondern einfach nur ein bisschen einen kleinen Knick drin. Oh mein Gott. Naja, das fällt auch eigentlich gar nicht auf. Ich habe ihn gerade wegen dem Holo gesehen. Alter, guckt euch die Karte an. Okay. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ciao, Leute.